Ich geh jetzt sowieso nicht auf, dir irgendwann fragst du wieso, ich fülle mich da so schrecklich an und bin nicht längst schon, was ich ja tun. Ist's nicht so weit, was zu tun, befiehlt die Eitelkeit. Und bevor der Herzinfarkt, wenn mein 40 in die Windel ragt, ich geh schon irgendwo am Strand, ein Paparotwein in der Hand und steck den Piers in weißem Sand. Und irgendwann bleib ich wieder durch, das hat's mir in den Schnee gefahren. Sogar der Fanclub ist schon da, Berger-Indianer-Fanclub von Leuchtkraft. Was zu tun, befiehlt die Eitelkeit, und bevor der Herzinfarkt, wenn mein 40 in die Windel ragt, ich geh schon irgendwo am Strand, ein Paparotwein in der Hand und steck den Piers in weißem Sand. Und irgendwann bleib ich wieder durch, das hat's mir in den Schnee gefahren für ihn nach vor. Darauf geb ich dir mein Wort, fünf Jahre und vergeb'n, irgendwann bleib ich wieder durch. Jetzt scheint die Sonne wieder, das heißt, wir haben alles richtig gemacht, wir haben den Regen vertrieben. Es war wunderschön in der Sandburg, die Leute sind blieben mit uns im Regen, im Sturm. Mittlerweile scheint wirklich wieder voll schön die Sonne. Und wir werden uns sicher wieder sehen, oder? Würde uns gefallen. Genau. Also dann, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020